Und dann ist man auf diesem Wagen und muss halt die Beine annehmen und dann stapeln und irgendwann sitzt man dann ganz oben auf dem Heuwagen, auf dem Stroh, also nicht Heu, sondern Strohwagen und das war schon cool, das ist ganz schön spannend. Ja und Bauernhof, wir waren aber drei Töchter, da wurde mein Vater natürlich immer mitgeleidet, weil da gab es ja keinen Nachfolger, also ein Sohn muss her normalerweise, aber es kam nicht, nur drei Töchter. Aber ich fand es eigentlich cool und ich hoffe, mein Vater auch, also natürlich musste er manchmal sich gegen seine Frauen durchsetzen, vier an der Zahl, aber er hat das schon mal ganz gut geschafft, ja, vielleicht war er deswegen so powervoll. Wie läuft das mit dem Geld? Wie läuft das mit dem Geld? Ulan war Schrolesech ne yapıyor lan burada? He? Mike nerde, hem de çantaya getirecekti buraya? 60 Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen.